ja so hier waren wir stehen geblieben mit Vegeta aber natürlich sollen wir zu den Cyborgs da müssen wir ordentlich trainieren weil wie ihr gesehen habt die letzten Parts Ich bin gut oft draufgegangen. Und das muss nicht unbedingt sein. Ne, das ist Kernerhaus. Ah, da ist es doch schon. Der südliche Kontinent. Ah, das kennen wir ja auch schon alles. Ah, das ist doch schon. Bäm, 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 bäm. Geht doch. Jetzt muss ich mal gucken. Ne, nichts zu sehen hier. Ja, eine goldene Kaspel. Kapsel. Oh, falsche Richtung. Bäm, bäm, bäm. Hier sind Steine. Ah, nichts drunter. Doch ein bisschen Essen. Hier geht er, hat Stufe 19 erreicht. Attributbono, Stärke plus 1, Energie plus 1, Ausdauer plus 1. Mann. Ja. Super Saiyan. BAM BAM Ah, Tor ist frei Nein Was gehe ich denn da runter BAM Ah Ja Ach, da scheint ein Speicherpunkt zu sein Ja, schönes Ding Speichern, kann ich die Charaktere aufwechseln? Ne, kann ich nicht Nichts Ja, schönes Ding Ah, nee, wir wollen aber da auch hoch. Energie, wieder Energie, hier sind jetzt keine Gegner. Oh, leckeres zu essen. Freche Stück Scheiße, du. Gehen wir hier mal hoch. Bäm. Ja, von dort kommen wir ja. Gehen wir da mal rüber. Hm, 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 hm. Bäm, 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 bäm. Vegeta hat Stufe 20 erreicht. Attributenbonus, Stärke plus 2, Energie plus 2, Ausdauer plus 2. Hier, ich hab ne goldene Kapsel erhalten. Gehen wir da ja wieder zurück, ganz normal. Hm, leckeres zu essen. Jum, 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 jum. Bäm, bäm. Und nach oben. Mensch, Goku, mach das Ding fertig. Er ist deutlich stärker. Dieser Cyborg hat keine Chance. Er hat ihn bisher noch nicht einmal berührt. Der Sieg ist Goku sicher. Mag sein. Ha, 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 ha. Oh, was ist los? Hust, hust. Papa, das ist, da ist was faul. Ich fühl mich so schwach. Kann nicht. Geh auf. Er muss schwer verletzt sein. Aber wie? Das muss dieser Virus sein. Er befahl genau jetzt sein Herz. Papa. Ja, so ist es wohl. Aber es geschieht viel zu spät, als der Junge aus der Zukunft es vorher gesehen hat. Goku dachte, der Junge habe sich getäuscht. Aber irgendwie hat seinen Besuch bereits den Lauf der Geschichte verändert. Er braucht das Gegengift. Aber um es zu beschaffen, müssen wir ihn zurück nach Hause. Das ist der einzige Weg. Gokku. Gokku. Gokku hat sich wieder zurück verwandelt. Er ist kein Super Saiyajin mehr. Genau so. Perfekt. Gokku braucht Hilfe. Greifen wir ein. Ihr bleibt wo ihr seid. Es sei denn, ihr seid so dumm zu glauben, ihr könnt an mir vorbeikommen. Solange ich hier bin, tötet keiner Crackerrot. Dieses Vergnügen hat das Schicksal mir vorgegeben. Was für ein jammeliger Kerl bist du, Kakarot. Du bist vor dem Herzvirus gewarnt worden. Dich in eine Super Saiyajin zu verwandeln hat die Sache nur noch verschlimmert. Du wirst nie ein großer Krieger werden. Einer von euch muss Kakarot sofort nach Hause bringen und ihm das Gegengift abreichen. Am besten tue ich es. Fällt mir zwar schwer, es einzugestehen, aber wenn ich noch länger bleibe, stehe ich den anderen nur im Weg herum. Kann ich Vegeta jetzt den Gnadenstoß versetzen? Nummer 19. Du bist heute aber ganz schön gierig. Okay, du kannst Vegeta fertig machen, aber die anderen gehören mir. Verstanden? Ja. Ja. Und hat so eine Maschine wie du auch mal Angst? Ja. Super Saiyajin. Ja, da. Ja. 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 Leise. Ja. 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 Ja, ich bin cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020